hallo mein name ist chris kramer und heute möchte ich euch etwas vorstellen nämlich den youtube kurs und harmonika für absolute anfänger der richtet sich an leute die noch nie eine munter monika in den händen gehalten haben die also gar nichts können die keine noten lesen können aber die so richtig bock darauf haben dieses kleine wunderbare instrument zu erlernen fühlst du dich angesprochen dann ist das genau für dich richtig ich zeige dir in den folgen wie du die munter monika richtig in den händen hältst wie du richtig atmest so dass du einzelne töne triff diese einzelnen töne werden zu insgesamt 30 bekannt melodien zusammengeformt und bei jeder melodie gibt es dann eine version mit munter monika und gitarre so dass du dich an meiner und harmonika orientieren kannst und die melodie kennenlernen kannst und da reinzukommen und danach gibt es eine version nur mit der gitarre die du dann nur für dich nutzen kannst und auch als playback einsetzen kannst ich würde mich freuen wenn möglichst viele einschalten und wir uns dann wieder sehen euer chris kramer macht's gut glück auf